Hallo, ich bin Christian Frerichs, freiberuflicher Gitarrenlehrer, Impro-Theater-Musiker und Singer-Songwriter, da unter dem Namen Der Tunnel. Ich arbeite viel in Oldenburg, daher kenne ich Elli und sie hat mich gebeten, ein paar Fragen zu beantworten zu meiner aktuellen beruflichen Situation in diesen Pandemie-Zeiten, in denen wir Künstler und Künstlerinnen, Musikpädagogen unseren Beruf nicht oder nur sehr eingeschränkt ausüben dürfen. Die konkreten Auswirkungen der Pandemie auf meinen Beruf bedeuten, dass ich Gitarrenunterricht online gebe, via Skype, via Zoom. Genau, es ist noch mehr sitzen und noch mehr vom Bildschirm sitzen, als man das als Selbstständiger mit regelmäßigen Bürozeiten sonst so tut. Es ist für Kopf, Ohren und Rücken eine kleine Herausforderung. Ich habe ein paar Verluste durch Erstattungen, durch ausfallende Auftritte als Impro-Theater-Musiker, konnte aber auch einige Dinge verschieben und das einzig Belastende derzeit ist die sehr eingeschränkte Planbarkeit, die ja uns alle betrifft, sowohl Lehrer, Künstler als auch Schüler und Kulturgenießende in dem Sinne. Ich erinnere mich an das Wochenende vor Bekanntgabe der Maßnahmen der Schließung von Schulen, von Läden und so weiter. Das war ein Mond, das war Montag, ich glaube der 16. März und da war alles schon relativ angespannt. Ich habe Gitarrenunterricht gegeben und am Nachmittag kam die Meldung über die Schließung der Musikschule bis auf unbestimmte Zeit. Und das war ein relativ bedrückendes Gefühl, die Musikschule an dem Tag zu verlassen und abzuschließen, ohne zu wissen, wann es jetzt weitergeht. Ich lebe in diesen Zeiten von Rücklagen. Ich lebe in diesen Zeiten von Aufträgen, die bereits gebucht und von Kunden großzügig erstmal aufgeschoben wurden. Ich lebe vom Wohlwollen und von der Solidarität mancher Schüler und Schülerinnen, die sagen, wir haben ein stetes Einkommen, du nicht. Wir verzichten auf Erstattung. Ich kann sagen, dass ich sehr dankbar bin für die Solidarität, die mir und anderen Kollegen und Kolleginnen in dieser Krise begegnet ist. Ich habe eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht. Ich habe mich aber auch sehr, sehr bemüht, sehr klar mit allen zu kommunizieren. Und in meinem Wochenrhythmus sind das rund 50 Menschen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe. Insofern bin ich relativ stolz auf mich und mein Krisenmanagement und natürlich sehr dankbar für die Solidarität und die Flexibilität von Schüler, Schülerinnen und Kunden. Gleichzeitig habe ich die Entschleunigung sehr genossen. Ich habe eigentlich einen sehr terminreichen und zuweilen sehr stressigen Alltag. Ich habe sehr abwechslungsreichen Alltag als Freiberufler. Ich habe manchmal Tage, an denen ich vier Stunden arbeite, Tage, an denen ich zwölf Stunden unterwegs bin, Wochenenden, an denen ich in eine andere Stadt fahre und Workshops gebe, Wochen, in denen ich drei Auftritte habe, dann wieder drei Wochen und nur ein Auftritt. Ich habe Zeit für Dinge gefunden, die liegen geblieben sind. Wie geht es jetzt zukünftig weiter? Ich kann im Moment nur kurzfristig planen. Ich versuche mich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren und positiv zu bleiben und das zu tun, was im Hier und Jetzt ansteht und möglich ist. Liebe Hörerinnen und Hörer von Ellie und Allies, ihr hört jetzt den Song Hyper Ballad von Björk. Ich bin Christian Frerichs vom Impro-Theater, was ihr wollt und Impro-Theater Bremen und ihr hört Ellie und Allies bei Oldenburg 1. Vielen Dank. –IK- – Untertitelung des ZDF, 2020